Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, Variablen und Operatoren, das haben wir hier, also Operatoren, Rechenmöglichkeiten und Variablen sind praktisch dann Platzhalter und um mit Variablen rechnen zu können, müssen wir natürlich erstmal welche definieren, also ich sage hier neue Variable, dann sage ich mal Zahl 1, ich könnte auch hier meine Variable sagen, benenne sie um, dann sage ich Zahl 2, also die Möglichkeiten habe ich und damit die auch entsprechend aktiviert ist, muss ich hier ein Häkchen dazu setzen und dann sind meine beiden Variablen aktiviert. Was ich noch machen muss ist, wenn ich jetzt damit rechnen möchte, dass ich sage, setze meine Variablen auf Antwort, also einmal hier, das Ganze doppel ich natürlich und die Zahl 2 brauche ich auch als Antwort. So, und jetzt könnte ich damit rechnen, gerechnet wird entsprechend so, ich habe einen Operator, sage ich hier erstmal plus und zwar brauche ich jetzt die zwei Platzhalter, Zahl 1 und Zahl 2 und jetzt muss ich das Ganze noch in einem Programmcode einbetten, also einmal sage, also einmal sage, Zahl 1 plus Zahl 2, ich mache das mal ein bisschen länger, damit man die Antwort dann gescheit zieht, so und jetzt muss ich irgendwie hergehen und sagen oder auffordern, dass man die erste Zahl setzt auf eine Antwort, zweite Zahl setzt auf eine Antwort und dass er hier entsprechend dann rechnet. Am besten sagt man hier entsprechend Frage, also Frage, erste Zahl, hätte ich ja vorhin auch machen können, ich brauche allerdings nur den ersten. dann frage ich nach der zweiten Zahl, füge das zusammen und dann kann ich auch schon den Antwortblock setzen und jetzt brauche ich noch das auslösende Ereignis mit meinem Fähnchen, also funktioniert dann so, die Katze fragt nach der ersten Zahl, ich gebe die erste Zahl vor in meinem Antwortfeld, dann wird nach der zweiten Zahl gefragt und ansonsten und danach werden praktisch beide Variablen, die dann mit der jeweiligen Antwort bestimmt wurde, miteinander verrechnet. Probieren wir es mal aus, auf die Fähnchen, so, jetzt fragt er, erste Zahl, ich soll die hier eingeben, dann sage ich mal 5, klicke hier drauf, dann fragt er nach der zweiten Zahl, sage ich mal 8 und klicke da drauf und dann rechnet er mir die 2 zusammen, weil ich die erste Zahl auf 5, 8 gesetzt habe und die Figur sagt dann, okay, Zahl 1 plus Zahl 2 für 10 Sekunden sage ich jetzt 13. Okay.